Alter, so muss das sein, Algen. Da wehrt sich mal wieder einer so richtig. Und das am Bärensee an einer uralten Stelle. Und ich bin hier schon schön im Drill und habe mir den Kandidaten schon ein bisschen müde gemacht. Sehr gut. Ich teste gerade an einer der für mich uralten Stellen, also vor ewigen Zeiten, als ich in diesem Level-Bereich war, dass ich hier erfolgreich schon die ersten Karpfen rausziehen konnte am Bärensee. Da war ich schon hier an der Stelle und alter dicker fetter Lederkarpfen. Und da ist er lange gesucht, den Lederkarpfen. Schönes Ding. Schon lang nicht mehr gefangen. Und ich habe schon gedacht, Algen, wo sind die Lederkarpfen hin? Da ist er. Schön. 23,75, 4 Kilo. Schmeckt. Und wo ist das Ding gelandet? Naja, am Bärensee. Und zwar ganz, ganz, ganz in der Ecke. Ganz weit in der Ecke. Und zwar da. Rauswerfen. Da kommt er her. Bisschen weiter rechts gelandet. Aber das hier ist so eine der ältesten Stellen, die ich so vom Bärensee eigentlich kenne. Und da war wirklich vor Jahren. Ich würde sagen, vier Jahre plus kann das sein. Ja, kommt ungefähr hin. Da war das hier immer noch eine ganz wichtige Location. Man muss allerdings bedenken, es gab in der Zwischenzeit eine Überarbeitung der Gewässer. Und auch des Gewässeruntergrunds. Und das war halt ganz entscheidend. Dadurch haben sich die Location und die Spots deutlich verändert. Oder an manchen Stellen zumindest deutlich verändert. Und ich teste nichtsdestotrotz auch immer wieder gerne diese uralten Stellen. Einfach mal um zu gucken, naja, geht denn da was oder nicht. So. Und hier waren jetzt die Amure. 20 Minuten. Das davor, das zählt jetzt erstmal nicht. Aber hier vorne, oder zählt das doch? Ne, genau. Also, vorher war ich noch auf 55, 33. Hab hier so ein bisschen getestet. War aber nicht so die gute Frequenz. Dann bin ich weitergelaufen. Hab gleichzeitig auch hier noch ein bisschen mal auf Spinning getestet. Ob man nicht mal wieder einen Hecht hier fangen könnte. Und dann ging das hier jetzt schon los. Also seit einer guten halben Stunde jede Menge Amure sind hier reingerasselt. Und eben jetzt auch schön die dicken, fetten Karpfen. Aber ich hab noch nicht so lange eine Futtermische drin. Das erst seit kurzem. Und zwar, haben wir die noch irgendwo drauf? Oder hab ich die schon runter? Doch. Ich bin hier komplett auf Muschel. Heißt also Muschel, Mais. Also Einzerhaken, gar nicht so ganz riesig groß. Muschel, nur als Mais. Muscheldip. Und dann hier, hoppala, machen wir es mal so mit Details. Dann hier auf Weizenkleie-Basis, Flussmuschel, Muschelfeeds, Atlantische Muschel, Knoblauch gemahlen, also Pellets und Muschelsoße. Rein damit und raus damit. Und ja, bis jetzt sieht das schon ganz gut aus. Wobei ich tatsächlich da immer ein bisschen Angst habe, dass ich da zu schnell auch überfütter. Und dann kommen halt die ganz kleinen. Alter Falter. Ja, mit dem Überfüttern immer ein bisschen kritisch. Auf gar keinen Fall mehr Futtermische reinschmeißen. Gerade auch mit den Boilies, mit den Geschredderten. Bei dem großen PVA-Netz, ich denke, da reichen so fünfmal reinwerfen. Von so einem Netz reicht da gänzlich aus. Und dann geht das auch schon ganz gut los. Man muss hier kein PVA verwenden. Das PVA habe ich erst seit, ich glaube jetzt die letzten drei Fische. Das war hier vorher alles komplett ohne PVA. Also vorher komplett so nur aufgebaut. Einfach quasi nur mit dem Pop-Up-Rig natürlich. Pop-Up-Rig. Dann mit den Muscheln als Mais. Kunst-Mais-Muschel. Muschel als Dip und fertig. Bedeutet also auch, wenn man hier im Low-Level-Bereich unterwegs ist, einfach mal reinhalten. Clip, ja, 25, 26 Meter. Je nachdem, wie weit ihr hier weg steht. Ich stehe immer ein bisschen mit dem Abstand, weil ich ja nicht im Wasser rumplanschen will. Das hat halt Scheuchwirkung. Das wollen wir daher nicht machen. Deswegen so 25, 26 Meter. Und dann suche ich mir hier, ja, so eine Welle aus. Hier ist so eine kleine Ecke, dass man dann immer so ungefähr eine Nische anpeilen kann. Oder hier so eine Nische. Hier immer so eine Ecke. Ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung wirft. 26 Meter sollten da schon drin sein. Vielleicht sogar 27 von hier aus. Und direkt hier vorne hin. Da geht das ganz gut mit 25 Meter ungefähr. Ja, freut mich sehr, dass das mit dem Lederkarpfen jetzt hier noch geklappt hat. Das ist ja richtig nice. Schon lange nicht mehr gefangen. Endlich mal wieder einen Lederkarpfen. Lohnt sich immer. Lohnt sich immer. Die Frage ist, ballert hier noch mehr rein? Jetzt war ich gerade in den Vormittagsstunden. War es schon ganz gut. Mittagszeit war jetzt gerade eine kleine Flaute. Und ja, ich hoffe entweder jetzt in den Abendstunden, dass da noch was geht. Oder vielleicht sogar in den Morgenstunden. Mit der Köderkombination oder mit den Muscheln auch einfach mal da hinten testen. Ich gehe mal eben hin. Das mache ich vielleicht sogar jetzt gleich in den Morgenstunden. Und zwar von hier aus kann man das ganz gut machen. An der dicken, fetten Trauerweide. Und dann hier so rüber in der Nähe von diesem Totholz. Hier war mal eine ganze Zeit lang immer mal wieder auch ein Spot da hinten für Barbe. Also auch das durchaus mal testen. Vielleicht, wenn man schon kann, die klassische Barbenmische verwenden. Und dann auch da hinten in dem Bereich einfach mal hinwerfen. Ach, ist das schön. Sehr, sehr schön. Auch hier, wo ich es gerade so sehe, auch das hier ging mal eine Zeit lang ganz gut. Hier in diesen Zwischenbereich zu werfen. Ich hatte gerade schon den Untergrund mal abgetestet. Links war zumindest in diesem Bereich grasiger Untergrund. Man sieht das ja auch hier mit dem Gras, was ringsherum wächst. Also pflanzlicher Untergrund. Und ich hatte jetzt nicht umgebaut, deswegen habe ich dann da vorne einfach hingeworfen an die Kante. Aber auch hier kann man eben immer wieder ganz gut hinwerfen. Dann würde ich jetzt allerdings aktuell mit einem grünen Blei und einem grünen Ledcore da dran gehen. Und wenn man hier mit normalem Grundset steht, mit Käse oder mit Kartoffeln, dann auch da vielleicht einfach nur aufs grüne Blei achten. Also natürlich hier links, hier vorne ist Clay, also Lehm als Untergrund. Und ja, dementsprechend da dann das Blei anpassen. Ja, Einserhaken passt glaube ich ganz gut. Wenn man eine ganz gute Frequenz hat, kann man das natürlich auch nochmal ein bisschen upgraden. Auf, ich sag mal, vielleicht so ein 1.0er Haken. Ganz so riesig groß würde ich hier glaube ich gar nicht rangehen. Ähm, das klappt wie gesagt mit einem Einserhaken in der Regel ganz gut. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch geht. Wie gesagt, bisher bin ich schon übelst zufrieden. Ähm, gucken wir nochmal eben kurz rein, was denn der Karpfen so gebracht hat. Wenn ihr euch das erste Mal hier auf die Socken macht zum Bärensee, einfach immer so ein paar Basics einpacken. Heißt also Basisköder. Und auch da gar nicht so groß rangehen. Wie gesagt, wenn ihr da mit dem Mais einfach nur hier seid, macht ihr gar nichts verkehrt. Heißt also Mais, Kokosahne vielleicht mit dem Dip. Dann vielleicht noch Muschel, einfach mal testen mit dem Dip. Und vielleicht noch schwarze Johannisbeere, Erdbeere, sowas Fruchtiges. Auch das einfach nochmal testen. Und dann reicht das in den meisten Fällen. Und damit, mit dieser Kombi, mit diesen drei verschiedenen Komponenten, einfach mal die Route ausrüsten oder die drei Routen ausrüsten. Und dann an einem Spot testen. Und dann einfach gucken, welche von den drei Komponenten läuft. Die, die läuft. Ausweiten auf die beiden, die gerade nicht laufen. Gib ihm und dann Gas geben. Alles ohne Futtermische. Und dann immer noch überlegen, okay, lässt es jetzt gerade nach. Kann ich nochmal vielleicht Futtermische reinschmeißen, ein bisschen anfüttern. Lohnt es sich oder nicht? Guck es dir an, Alter. So ein schöner Lederkarpfen bringt fast 60 Silber. Ist das nicht der Hammer? Mega geil, Alter. Mega geil. Ja, jetzt weiß man, warum ich die Lederkarpfen suche. Weil die einfach übelst ergiebig sind. Aber man fängt sie halt so selten mittlerweile. Das war, glaube ich, mal mehr, ey. Knappe 200 Silber jetzt schon. Ja, aber für insgesamt eine Stunde. Wobei, so richtig zähle ich das jetzt gerade nicht. Ich sag mal, eine grobe halbe Stunde, würde ich sagen. Ich war viel beim Hechtangeln auch unterwegs und beim Rumtesten. Da war ich nicht so wirklich, auch mit allen Routen draußen. Aber insgesamt schmeckt es schon. Kratsching. Weiter verkaufen, weiter machen. Ich ziehe noch ein paar dicken Brocken raus. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir immer sehr. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri. Und ich komme zurück und es zuppelt hier direkt wieder los. Also, es läuft in den Abendstunden tatsächlich, zack, die nächste, tatsächlich weiter. Hier jetzt mit einem kleinen Schuppi. Sehr schön. Ganz wichtig. Futter mischer abmachen, hatten wir gesagt. Und dann weiter auswerfen. Zack, 25 Meter. Schön vor die Schilfkante. Weiter geht's. Und das, wie gesagt, einfach nur auf dem normalen Einserhaken und den Muschelmais. Das finde ich super. Zack, der nächste mit 4 Kilo. Lüppt. Ja, so soll das sein. Ganz auf entspannt. Zack, genau an die Kante da vorne wieder geworfen. Abwarten. Und weiter zuppeln lassen. Ja, so soll das sein. Aber nun, bis dahin. Bis dahin. logisch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. етSC.